Vierter Spieltag der Youth League-Gruppenphase. Der BVB empfängt den FC Sevilla, die Mannschaft, auf die man schon in der Vorwoche traf, weil es einen 1 zu 1 in Andalusien gab. Der BVB muss im Prinzip gewinnen, um seine Chancen zu wahren, in dieser Gruppe weiterzukommen. Und das Team von Mike Thöberg spielte gleich richtig gut. Bamba mit Auge für Reikhoff, dessen Schuss ins kurze Eck, gerade noch so pariert von Castillo. Aber Bamba, der war auffällig. Nächste Aktion in der 25. legte den Ball Röder, Reikhoff und die Führung für Schwarz-Gelb. Traf ja schon gegen Manchester City, in diesem Falle perfektes Verständnis mit Samuel Bamba, der den Ball mustergültig vorgelegt hatte. Kurz drauf, dann ein Eklat, wie schon im Hinspiel, Rassismusvorwürfe und Abdoulaye Camara das Opfer. Er ging hin zum Schiedsrichter, es gab allerdings keine weiteren Konsequenzen. Luca Parietto, der italienische Unparteiische, hatte das offensichtlich nicht wahrgenommen. Rein in den zweiten Durchgang der BVB, davon spielerisch zumindest unbeeindruckt, suchte die Entscheidung gegen Sevilla. Reikhoff trifft hier das Außennetz. Wieder Bamba, der Vorarbeiter. Von Sevilla kam insgesamt wenig bis gar nichts. Wir springen deshalb in die 85. Minute. Nächste Konterchance für Schwarz-Gelb über Reikhoff. Der rechten Watschukwu mitnehmen könnte, es selbst macht. Entscheidung vertagt. Dicke Chance für Reikhoff. Vielleicht eine Idee zu eigensinnig. Die 88. Ähnliche Szene wie zuvor. Dieses Mal Isak Mwatschukwu gewinnt den Sprint trotz mehrerer Meter Rückstand. Gegen Ika Ortin legt den Ball quer und dann Reikhoff. Jetzt hat er seinen zweiten Treffer und sorgt für die Entscheidung. Das 2 zu 0. Doppelpack. Reikhoff mustergültig vorbereitet von Isak Mwatschukwu und damit stand der Sieg fest. Alle Optionen weiterhin in der Hand von Mike Thülberg zum Weiterkommen.